Mit der Hilfe aller ist das hier wirklich wunderbar gelungen. Sehr gut. Der Chef der Firma Dräger, Stefan Dräger, war am Samstag hier und hat das auch mal mit Stolz gesehen, was hier entstanden ist. Ja, es gab da eine persönliche Danksagung, das darf ich vielleicht noch sagen, auch ans Team von Stefan Dräger, an uns. Das ist natürlich für uns auch eine tolle Sache, dass wir auch so unseren Beitrag dazu leisten konnten, hier möglicherweise Leben zu retten. Ja, großen Respekt auch von mir. Nehmen Sie das auch bitte den Kolleginnen und Kollegen nach Lübeck mit. Das mache ich sehr gerne. Danke.